Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, Ernährung und vor allem Bewegung. Ich denke, das sind wichtige Punkte, aber dazu gehören auch noch viele Eigenschaften, viele Werte, die man als Eltern dann auch den Kindern beibringen muss. Welche wären das zum Beispiel? Ja, da gibt es einige. Ich glaube, das Wichtigste ist immer Liebe und Geborgenheit den Kindern zu geben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sie sich frei entfalten können dann auch in dieser Umgebung. Und das erachte ich als sehr, sehr wichtig. Wir sind Eltern, wir handeln zusammen, wir vermitteln beide Werte für unser Kind, was wir denken, was eben wichtig ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das ist das Wichtigste.